Das Hotel Eriu Playa Turquesa Ex Sirenis Playa Turquesa liegt in Playa Esmeralda in Kuba, Nordküste. Die meisten Gäste des Hotel Eriu Playa Turquesa Ex Sirenis Playa Turquesa würden das Hotel weiterempfehlen. Die weitere Empfehlungsrate liegt bei 73%. 102 Gäste haben das Hotel bewertet und es für gut befunden. Durchschnittlich wurden 4,3 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer, Sauberkeit, häufiger Wäschewechsel, gute Ausstattung wie Fernseher und Balkon, das macht ein sehr gutes Zimmer aus. Die Hotel Gäste sind sehr zufrieden mit den Zimmern und vergeben 5,1 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme Für das gute Sport und Unterhaltungsprogramm vergeben die Gäste 4,5 von 6 Sonnen. Service Für den guten Service des Hotels vergeben die meisten Gäste 4,4 von 6 Sonnen. Hotel allgemein Der gute Zustand und Sauberkeit des Hotels gefällt den meisten Gästen, die sich hierfür mit 4,3 von 6 Sonnen bedanken. Gastronomie Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 4 von 6 Sonnen als gut bewertet. Lage und Umgebung Die Mehrzahl der Gäste bewerten das Hotel als gut gelegen. Es erhält für die Lage 3,8 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.